Sind Sie alle gut, Yuma? Ja, natürlich. Wer bist du? Wir sind von Dats. Ähm, wir sind Ihren Bruder's Freunde. Mein Bruder? Ihr Bruder hat uns gefragt, dass wir dich schützen. Hä? Sind Sie alle auch mit Digimon am Tag? Nein. Ja, genau wie du. Wir sind auch mit Digimon am Tag. Right, Agumon? Markus, das hat sie. Das ist nicht dasselbe, hat sie euch eben ge... Ja, natürlich. Nicht so schnell. Neiger Uppercut. Okay, das war gut. Es tut mir leid. Der Code Key of Lust. Darn. Nur ein Fühl wird dir von dir eine dritte Zeit genommen. Hey, hast du einfach mich wiederum? Du bist nicht so dumm wie ich dachte. Gib uns die zwei Code Keys, die du von uns stole hast. Wenn du mitbewerben, wir werden nicht zuversagen. Das ist eine Verbrechung. Huh? Du musst du nicht verstanden, junger Mann! Sir, er ist... ... ein Digivice? Ich sollte dir wissen, dass wir ziemlich stark in einer Kriegung sind. Ah, das ist kein Kampf, oder? Hallo, Brotramon. Ist du ein Digivice? Nein. Das ist nicht gut. Wir sind immer noch hart, von Lymothmon zu kämpfen. Nö, eigentlich nicht. Grafikfehler! Heilung! Das ist... Rynamons Towers healen uns! Ich fühle mich so stark! Rynamons Towers ist, endlich. Rynamons Towers ist, endlich. Rynamons, du bist schlecht! Ich habe die kleine Stoner gehalten. Rynamons! 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 Hey! Wir haben keine Zeit, um zu spielen mit dir. Wir machen das mit. Say deine Wurzeln! Richtig! Richtig! Oh boi! Ich fühle dich jetzt Brotramon sehr schnell. Oh mein Gott! Wir sind so ein starkes Team! Foxfire! Ja! Wir haben definitiv gekauft gegen uns! Definitiv! Definitiv! Und es war Zeit mit Trident Revolver! Ne! Ich sterbe gar nicht! Keine Chance! Das Team ist viel zu stark! Das ist 10-30 stark wie Starkdramon! Was brauche ich eigentlich für... Wäre Garugumon? Wäre Garugumon? Übrigens wird das... Wäre Garugumon zu Black Wargreymon werden! Hier in dem Spiel! Oh mein Gott! Nee, 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 nee! Mach gleich! Geh! Ja! Okay, ich muss mal ein paar Maschinen Digimon vielleicht machen... Ein paar... Digimon! Aber quere Garugumon haben wir wahrscheinlich auch mal. Yo! Erschossen! Sehr gut! Ja, da waren wir eben schon, mein Freund! Vergess das in der... Ja, das sollte easy sein! 20 Truhen brauchen wir! Wir haben wahrscheinlich bald! Wäre Garugumon zusammen! Easy peasy! Wow, Markus boxt sie einfach weg! Kassaburo! Und das! Und das! Du kennst dein Spiel! Gib uns den Code Key! Ich denke, ich habe keine Wahl! Das ist eine Falle! Genau hier! Hier! Meine Augen! Ja! Kassaburo! Ja! Das war nicht gut genug, Yoshino! Das ist warum du deine Freundin gehst, auch! Danke! 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 Wo kommst du her? Bruder! Yuma! Es war so schrecklich! Ich war so schrecklich! Es war so schrecklich! Ich bin so schrecklich! Ich bin so schrecklich, Yuma. Ich konnte nichts mehr tun. Kagura? Was machst du hier? Ja! Gute Frage! Das ist schon das dritte Mal passiert! Und jetzt macht er sich Sorgen! Jetzt erst! Oh mein Gott! Es ist ein Renamon! Tötet es! Nein! 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 Wer ist Kurosaki? Hey! Und Beyblade! Du hast den Item? Na klar! Du hast den Item? Na klar! Der Kurski ist in Datt's hands! Entschuldigung! Das ist scheinbar! Du hast keine Kugel! Aber ich habe die Kurski von Schluck und Gräufe! Es ist Zeit für mich zu bezahlen. Nachher, du bist der Klient! Ich habe bereits Transfert das Geld in Ihren Account. Ich habe bereits Transfert das Geld in Ihren Account. Es ist... Das Transfert ist confirmiert. Ich habe einfach die Kokei-Data in der Designated Address. Ich habe sicher schon viel Probleme mit Ihren Identität. Das war's wieder mit unserer Beziehung. Das war's. Es 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 war's. Hi, Demon. Ich glaube, da kriegt gerade jemand riesige Probleme. Gussapro! Es ist ein Pau Digimon! Was? Was ist das hier? Ja! Das ist es. Oh... Ich bin sicher, dass Sie das wissen, aber die Digimon und die Menschen sind interkontakt. Wie die Verbindung zwischen den DATS-Members und ihren Digimon-Partnern. Die Grund, warum die Digimon-Krimes auf die Runde ist, ist... weil die Menschliche Gesellschaft entwickelt. Ein starkes Widerspruch hat den Digimon aus dem Digitalen Welt geholfen. Sie sind wie Digimon. Sie sind sehr lange. Sie brauchen Freunde. Die Schmerzen, die Schmerzen und die Verzweifung des Weltes sind in der Schmerzen. Die Kode-Keyse, die drei Digimon-Krimes hatten. Delfamon war Sloth, Bardamon war Grie, Lilithmon war Lust. Wenn Sie sich daran denken, die Kinder-Krimes-Krimes waren auch so Lazy oder Griebe. Yuma war schuldig, weil sie sich allein für ihre Eltern zu leben. Sie haben Sie gehört von den Säven Sins? Sie sind die Dämonen. Sie sind die Säven Sins? Um es zu sagen, sie sind die sieben Säven der Menschen. Ich sehe, sie sind die sieben Säven! Sie sind die sieben Säven! Sie sind die sieben Säven! Delfamon, Demon, Lilithmon, Bilzamon, Ladyamon, Vagabamon, Delfamon! Delfamon, 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 Griebe, Gluttony, Wrath, Pride! Das stimmt. Die Kode-Keyse, die die Mau Digimon-Krimes waren, alle sind die sieben Säven Säven. Und diese sind die negativen Säven, die die Kinder hatten! Diese Säven wurden irgendwie verbunden mit der dunklen Bereich und diese Mau Digimon-Krimes gegründet. Das stimmt. Yuma, Sie sollten nicht hier sein. Wir haben eine Exzettung für Sie, dass Sie in DATS und behandeln Renamon. Ich verabschiede. Kommander Samson. Bruder, danke für Sie zu behandeln Renamon. Sie haben einen sehr verehrten Bruder, Yuma. Ich weiß. Mein Bruder ist der sehr verehrten und lehrten Bruder in der ganzen Welt. Ich weiß nicht. Markus, Thomas, Yoshino und Kaya. Kaya ist ein scheiße. Danke, dass Sie uns schützen. Nicht sagen! Markus, ist Ihr Vater missing? Nein, ist er nicht. Huh? Ja, das stimmt. Ähm, ich bin sicher, dass Sie Ihren Vater finden. Nach allem, Sie haben mich gefunden! Ich glaube nicht. Sie hat Ihren Vater nicht gefunden. Danke, Yuma. Ich bin froh für Sie. Ich bin froh für Sie. Ich bin froh für Sie. Kommander? Ähm, vielleicht hat Nita auch in der digitalen Welt? Nita? Ist der Commander jetzt Snake oder was? Ich bin froh für Sie. Ich bin froh für Sie. Ich bin froh für Sie. Nita? Ein großer Digimon-Signatur hat in der digitalen Welt getestet. Äh, was ist das jetzt für Ding? Die Original-Signatur hat in der digitale Welt getestet. In der digitale Welt gestalten da der Welt geht. Ich bin froh für Sie. Ja, Sie sind für einige Kinder jetzt fehlt. So, kommen Sie wieder zu gutteren. Das war's auch schon. Wie ist das? Wer ist der Böse? Hit Bioman with an Uppercut! Ach ne! Ach komm schon! Es käme auch nicht, ist alles scheiße. Ich muss nochmal 5 Drachen Digimon besiegen, wirklich! Ach ne! Ach ne! Tut das, sag mal, tut das nicht! Ach ne, mein... Der Kagura ist doch nicht böse, bitte! Ach, wieso soll denn der Kagura böse sein? Jaaaa! Illuminati! Okay! At least! Tab 1000! Defeat! 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 Okay! Wir haben es ja fast, ne? Also wie sieht es jetzt aus? Muss ich weiter machen? Weil ich würde... Hätte es noch Lust! Liegt es an dir, würde ich sagen! Statue Ns! NCP... Was ist denn N... Wo ist es noch nicht so? Entforschen. Also, was er ist noch nicht so? Ist noch nicht so? Defeatung Leute, waspöre mit, Manns und nicht nur. Die Zubung. Die Zubung. Die Zubung. Diese Zubung muss nur weiter, wasser nie. Bis zum nächsten Mal.